Das Allgäu an Ostern erleben war schon immer ein Erlebnis für mich, auch als Kind gerade im Großraum von Wolfeck und Kistler. Tolle Höfe, tolle Landschaft. Nicht nur die Kinder freut es hier, auf Reiterhöfen ihre Ferien zu verbringen. Das funktioniert auch in Pandemiezeiten, allerdings ohne Übernachtungen und in großen Gruppen leider. Ich konnte die Reiterferien immer fast eine Woche erleben und hatte viel Spaß in der Nähe von Wickenreute. Auch dieses Jahr bin ich dienstlich wieder in Deutschland und besuche natürlich meine Lieblingsecken hier im Allgäu rund um Wolfeck. Und bin immer glücklich, dass ich es jedes Jahr gesund und munter wiederholen kann. Es wird nie landweilig, es ist eine Landschaft zum Entschleunigen. Ganz toll hier und das Wetter hat auch mitgemacht. Ich freue mich, wie gesagt, immer wieder auf die dienstlichen Reisen nach Europa und dann eben ins Allgäu nach Deutschland. utschefis. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017